Die Steiermark ist ein Land der Vielfalt. Alle unsere sieben Regionen haben nicht nur topografisch, sondern was die Mentalität, die Kultur, die Sprache, den Dialekt anbelangt. Wir sind ein vielschichtiges, vielseitiges, dynamisches, kreatives, unglaublich schönes Land. Es ist toll, was die Menschen in allen Bereichen schaffen, wie kreativ sie sind, dynamisch, wenn es notwendig ist, zusammenhalten. Der persönliche Kontakt zu den Menschen ist für Landeshauptmann Franz Fowes besonders wichtig. Diese Gespräche und Erfahrungen sind es, die die Grundlage für seine Arbeit als Landeshauptmann bilden. Ich bin sehr glücklich, dass ich nie das Gefühl habe, dass sich jemand abwendet, sondern im Gegenteil, die Menschen gehen offenen Herzens auf mich zu. Für Franz Fowes steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Schönste ist, dass nach der Wirtschaftskrise jetzt wieder die Auftragslage sich in allen Regionen verbessert. Wir sind Industrieland, sehr stark exportorientiert. Wir haben daher die Wirtschaftskrise besonders hart in der Beschäftigung gespürt. Die gesetzten Maßnahmen zeigen ihre Wirkung. Es haben tausende Menschen wieder Arbeit. Wenn man die Familien dazu multipliziert, durchschnittlich drei Familienangehörige, dann schauen jetzt wieder zigtausend Steirerinnen und Steirer in eine positive Zukunft. Und das ist das Allerwichtigste, ich glaube schon sagen zu dürfen, dass es sozialdemokratische Politik ist. Wir haben uns jetzt wirklich um die Betroffenen gekümmert, haben ihnen bei der Überbrückung geholfen und haben jetzt wieder zum Großteil wieder Beschäftigung. Das ist im Resümee das Allerwichtigste für mich über alle Regionen. Vieles ist gelungen. Die Steiermark zeigt sich modern, dynamisch, innovativ und in sozialer Harmonie. Es ist einfach schön zu erkennen, wie all die Projekte, die man mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über die letzten fünf Jahre hin besprochen hat, dann letztlich auch mit unterstützt hat von Landesseite, wie die aufgegangen sind und welchen Nutzen sie in die Regionen bringen. Und im Sinne von RegionExt, Steiermark der Regionen, Heimat der Menschen erhalten dort, wo sie verwurzelt sind, wo sie ihre Identität haben. Kann ich jetzt feststellen, da haben wir wirklich viel geschaffen.